Halli Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Letztes Mal hatten wir einen 5000 Euro Binder, den ich euch vorgestellt habe. Heute reden wir mal wieder über ein kleines Zubehörprodukt, nämlich dieses Ding hier und noch ein etwas kleineres. Und was das überhaupt ist, wozu es dient, was ich davon halte und warum ich euch das vorstellen möchte, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Ich habe mal wieder ein Produkt für mich entdeckt. Das ist nicht neu, das gibt es schon länger. Ihr seht auch schon hier schön von doxmagic.de. Ist die Eigenmarke, es ist von denen selbst produziert sozusagen oder im Auftrag von denen produziert worden. Und es handelt sich hierbei um etwas Hochqualitatives. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Möglichkeit Karten zu verstauen oder auch Decks aufzubewahren in Deckboxen. Ob Toploader reinpassen, weiß ich nicht. Aber und das ist für mein oder für mich persönlich ganz wichtig, es passen Magnethalter rein. Die Box ist auch schon randvoll und bombenschwer. Hier befinden sich nur Ghost Dress drin. Und bevor wir jetzt auf die große Box eingehen, will ich gleich noch hinten anfügen, dass das hier die teure Version ist. Es gibt auch noch einige wesentlich günstigere Varianten, die dem ganzen Qualitativ nichts nachstehen. Und eine dieser günstigen Varianten schauen wir uns dann auch noch an. Jetzt starten wir allerdings erstmal mit dieser etwas teureren Variante. Ja, so sieht das Ganze hier von innen aus. Ihr seht, ich bewahre hier meine Magnethalter auf. Das Ganze sieht jetzt hier ein bisschen wirr aus, weil diese Magnethalter ja immer unterschiedlich gepolt sind. Speziell die von BCW leider Gottes. Ist ein qualitativer Makel, wie ihr sehen könnt. Dementsprechend BCW Magnethalter nicht zu empfehlen, eben wegen dieser Polung. Aber das ist jetzt nun mal so. Hier ist es schön. Genau. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier tatsächlich einen abnehmbaren, also einen komplett abnehmbaren Deckel. Innen schön mit diesem roten Samt. Mit einem Magnetverschluss auf beiden Seiten. So. Das, wie der Name schon sagt, magnetisch verschließbar. Also quasi genau wie meine Magnethalter. Und genau. Auch der Rest des Ganzen hier ist innen, ihr seht es hier schon am Rand, mit so einem roten Samt ausgekleidet. Und für eure Würfel, falls ihr Decks aufbewahren wollt, habt ihr hinten auch noch so schöne kleine Schubladen, die ebenfalls mit diesem Samt ausgekleidet sind. Und das Ganze ist extrem hochwertig verarbeitet, mit so einem Kunstlederüberzug. Aber ich muss sagen, wirklich, wirklich gut gemacht. Also von Billow oder so ist hier wirklich überhaupt keine Spur. Und ich muss generell sagen, dass ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Docks Magics Eigenproduktion gemacht habe. Egal, ob es um Hüllen geht. Ob es um die tatsächlich seit neuestem auf dem Markt erhältlichen Magnethalter geht. Von denen wir hier, glaube ich, auch einige drin haben. Ja, genau. Das sind sie hier. Die Docks Magic Magnethalter. Steht auch hier. Docks Magic. Da kosten 10 Stück ungefähr 10,32 Euro. Das heißt, umgerechnet pro Magnethalter 1 Euro ein paar zerquetschte. Das ist tatsächlich das günstigste Angebot, das es bisher überhaupt auf dem Markt gibt. Absolut konkurrenzlos. Und ich räume hier mal ein paar Sachen raus, damit wir uns das Ganze hier auch innen anschauen können. Aber ich glaube, ich nehme dafür, ups, nicht diese Reihe, sondern die hier. Da sieht man es, glaube ich, am besten. Nehmen wir die einfach mal raus. Und ihr seht, auch hier haben wir innen drin alles schön mit Samt ausgekleidet. Das sieht leider nicht gut aus. Ich hoffe, dass ich das wegen der Polung umgedreht habe. Aber auch hier alles schön ausgekleidet. Das ist tatsächlich qualitativ extrem hochwertig, wie bereits gesagt. Der Kostenpunkt ungefähr 41 oder 42 Euro kostet das Ding. Ist jetzt nicht ganz billig. Also 40 Euro sind natürlich schon eine Sache. Aber ihr seht, hier ist wirklich gute Qualität hinter. Man kann jetzt nicht sagen, deutsche Handarbeit ist bestimmt auch in China oder so produziert. Aber ich muss sagen, es ist wirklich, also absolut top. Also wirklich absolut top. Ein schönes Produkt von Doc's Magic. Und da werde ich mir noch einige besorgen. Und ich hoffe, dass ich euch da vielleicht auch ein bisschen auf den Geschmack bringe. Denn je mehr Leute das kaufen... Je mehr Leute das kaufen... desto besser ist das natürlich auch fürs Geschäft. Und umso besser ist das auch für uns. Denn dann werden diese Dinge auch weiterhin gut produziert werden. Und werden uns nicht ausgehen. So, mehr gibt es zu diesem Ganzen eigentlich gar nicht zu sagen. Vielleicht noch die äußere Optik. Das ist ganz cool. Ihr seht, das hat hier auch so eine schöne Textur. Es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das Doc's Magic steht auch hier drauf. Erwähnenswert ist vielleicht die Magnethalter. Seht ihr das? Die sind halt... Okay, ihr seht das nicht. So, hier. Die Magnethalter, die sind halt ein bisschen höher als die Kiste. Das heißt, der Deckel, der liegt halt so ein bisschen auf diesen Magnethaltern auf. Das fällt aber kaum auf. Also das ist auch kein optischer Makel oder so. Das Ding hält trotzdem absolut funktionstüchtig. Und falls euch diese 41 oder 42 Euro zu viel für diese Box sind, dann zeige ich euch jetzt eine etwas günstigere Alternative. Ja, die günstigere Alternative sieht so aus. Ist etwas kleiner eben. Und natürlich entsprechend auch etwas günstiger. Wir gehen natürlich erstmal wieder auf die Qualität ein. Die Textur und das Material ist oben das gleiche. Im Prinzip ist es auch die gleiche Funktionalität. Wir haben das Ding hier so zum Überklappen. Das kann man nicht abnehmen. Da ist tatsächlich fest dran. Hat aber auch einen Magnetverschluss tatsächlich. Hier sind auch alles Doc's Magic Magnethalter tatsächlich. Ja, also ihr seht auch wunderschön die Qualität. Also absolut tippitoppi. Gibt es nichts daran auszusetzen. Das Futter innen ist, hoppla, zumindest bei meinen, grau. Ja, das gibt es aber auch in rot. Die roten sind aber ein bisschen teurer. Die kosten glaube ich irgendwas mit 20 Euro oder so. Deswegen habe ich die genommen. Weil wegen dem roten Stoff zahle ich halt nicht fast einen Zehner mehr. Also das muss sich natürlich jeder selber überlegen. Ob er das möchte. Vielleicht sind die auch irgendwie ein bisschen länger oder so. Das weiß ich leider nicht. So genau habe ich mir das dann doch nicht angeschaut. Und auch hier haben wir hier so eine Extraklappe. Mit so einem herausnehmbaren Ding hier. Für die Magnethalter. Für die Würfel. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das Ding komplett rausnehme. Und hier aber auch noch Magnethalter reinstecke. Aber das mache ich nicht. Das soll schon irgendwie so komplett bleiben, wie es ist. Genau, auch das hier hat einen Magnetverschluss. Auch das hier ist natürlich nicht abnehmbar. Aber ja, der Preis für das Ganze hier beträgt wie bereits gesagt 17 Euro. Das ist wirklich vertretbar. Für so ein schönes Ding. Ja, ich meine selbst wenn ihr da irgendwie Decks drin sammelt oder so. Da passen locker vier Decks oder so rein. Plus eine Handvoll Würfel oder Münzen oder was auch immer ihr da hernehmt zum Zocken. Und ja, also es ist wirklich top. Also hier haben wir aber den Doc's Magic Schriftzug nur auf zwei Seiten. Nämlich einmal hier und einmal da oben. Bei dem anderen war das glaube ich auf jeder Seite. Ist auch sehr gut verarbeitet. Es hat eben wie bereits gesagt die gleiche Verarbeitung wie halt die andere Kiste auch. Und ja, das war es im Prinzip auch schon wieder mit diesem Video. Ich wollte euch einfach nur mal dieses Produkt vorstellen. Das findet ihr auf Doc's Magic Punkt E. Das ist übrigens kein Sponsoring. Das ist ein Video das auf Eigeninitiative basiert. Einfach weil ich das Produkt sehr toll finde. Ich persönlich dahinter stehe und euch natürlich auch gerne über die Qualität gewisser Produkte informieren möchte. Vielleicht kanntet ihr die noch nicht oder wart euch nicht sicher ob ihr sie kaufen sollt. Wie auch immer. Hier ein kleiner Denkanstoß. Falls ihr auch Magnethalter mäßig sammelt oder so. Oder einfach was cooles für eure Decks oder so braucht. Das ist wirklich top. Also das ist wirklich 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 top. Für den Preis kann man da überhaupt nicht meckern. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es überhaupt irgendeine bessere Verarbeitung gibt. Aber es ist einfach perfekt. Die Nähte ist einfach alles top gemacht. Das soll es aber auch gewesen sein für dieses Video. Es war kurz, es war knackig und hoffentlich auch informativ in dem Fall. Mehr informativ als unterhaltsam. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restabend. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.